ich stecke kurz halt keine stecke spät so 843 fahren wir nicht also müssen wir jetzt wahrscheinlich geradeaus du bist doch viel zu schnell 8342 muss jetzt auch wieder links abhängen ja gut alles klar du lässt mich raus du lässt mich raus hier sonst schon wieder hinten ein bisschen meckern für zu schnell und so wird scheiße fahren haben sie bei mir auch aber ich sehe ja zu heute aber ich sehe ja ein 80er schild wenn er 80er schild sehe dann gebe ich gas stand jetzt 50 rechts abbiegen 70er zone oh nee nein guten amt oh nee weißt du gescheit hashtag oma mit buchenwellen geht hier aber ganz gut bist du am sonnenhof gerade losgefahren sattel grund schule ich habe ein bisschen verfrühung 17 da ich auch leid wo muss ich denn jetzt hin links ich habe gedacht der automatische wo die sonne steht steht so tief ja dann macht die augen zu sehr gut ich warte verspätung ab ich warte verspätung ab hashtag verspätung ja oder hashtag fail kannst du aussuchen jetzt ja ich drehe mal im not an mann nicht runter lassen hier sonneblende doch da muss ich jetzt hin geradeaus und dann da rein ok hab ich die tür jetzt kaputt gemacht ich kann die türflügel einfach so aufreißen und zumachen wie ich Bock hab hallo 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 ja grüße bitteschön da haben sie viel spaß damit fahr ich den bus hier noch komplett kaputt mach ha 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 ja gut wäre ja nicht weiter dramatisch ne was haben wir jetzt noch 1,8 minuten an sandelgrund schule warten alles klar ja was machen wir jetzt so lange weiß ich nicht bin vom sonnenhof gerade losgefahren hashtag warten hat der grund ich könnte mir ja ich könnte mir einen schönen chip reinhauen ne hm macht das ja wir haben uns noch nicht gegessen ha 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 es bleibt halt nicht so äh 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 anderes übrig ha 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 ja ne ist klar das ist ja auch überhaupt nicht unprofessionell hm hm Hashtag Mahlzeit ja komm du hast ja vorher schon deine Eier gegessen ha 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 aber Hashtag Eier ha 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 komm Hashtag Mahlzeit war gut Hashtag Mahlzeit war gut ja aber Hashtag Eier ist noch besser aber Hashtag Eier ist noch besser ja der Freddy hat Eier gegessen seine Eier hat er gegessen ich hab mir ein Ei gepellt ja интересно Hashtag Sinnlos ja Oh ich muss schon wieder los oh Man sollte aber mal gucken, ob da jemand durch den Kreisweg fährt, ne? Na ja, nur so leicht, ne? Ja. Rosengasse. Also ich seh durch die Scheiß Sonne nix, ne? Guck mal aus. Ja? Dann fahrt du Rosengasse. Ja, hab ich auch gerade gehört. 80er Zone! Du weißt, was das heißt? Hier steht 60. Es kommt aber gleich die 80. Achso, bis schon durch die Kurve war. Ja, die Kurve. Bis der Kurve war. Ah, 80. Und die haben sofort gesagt, boah, fährt der Scheiße. Ja, das haben sie jetzt bei mir gerade auch gesagt. Das ist mir egal. Fahr gut. Ich fahr den Umständen entsprechend, ne? So, muss ich jetzt links abbiegen? Oder geradeaus? Wieso fahren wir jetzt die gleiche Linie wieder zurück? Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, 3, 4, 2 geradeaus, ne? Mhm. Guten Abend. Guten Abend. Eine Fahrkarte, bitte. Ey, sag mal. Gibt's aber euch kein Ticketautomaten oder so? Einmal normal, bitte. Der ist doch nicht normal mit euch. Ja, ja, ja. Kauft euch Ticket, alter! Magdalenen-Kloster. Oh, das hört sich jetzt original an wie DJ-N. Magdalenen-Kloster. Magdalenen-Kloster! Daher kommen auch die Hashtags. Ja. Der hat uns jetzt in das Hashtag-Fieber gebracht. Mhm. Boah, hier aber auf Tettau bist du nur am Kurven hier. Ja. Wenn wir auch irgendwann mal so die 100 wieder erreichen. Oh, durchgestrichen. Fredy, was bedeutet das? Kickdown. Wird erstmal jeder Gang wieder voll ausgefahren. Alles, was geht, ne? Wisst ihr ja Bescheid, wie das läuft hier. Oh, da ist 70. Und das ist die Haltestelle. Ey, wo kommt die verdammte Haltestelle her? Aber ich sehe keiner da. Weiter! Doch, da war einer. Nee, nicht. 80er-Schild. Ja. 80. Ich fahre auch 80. Und die Windgeräusche gehen schon wieder ab hier. Mhm. Da ist ein Ortschild. 50. Und 30 hinterher. Jetzt habe ich das Gefühl, ich stehe hier. Von 80 runter, ey. Ja. Was ist das denn? Eine Ersatzhaltestelle gewesen? Ja, wahrscheinlich. Ja, der fährt ja toll. Du kannst mal deine Fresse halten und gleich wieder aussteigen, du kleiner Passerlacken. Pisser da. Bist du? Ach, da ist eine Haltestelle. Genau in der Kurve. Der fährt ja toll. Ja. Ach, nee. Tut mir leid, Leading ist kaputt. Eine Fahrkarte bitte. Wie jetzt? Wollt ihr jetzt alle eine Fahrkarte kaufen, oder was? Sehe ich aus wie ein verdammter Ticketautomat hier, oder was? Mit einem Zehner. Dankeschön. Bitte. Thomas? Ja? Da geht es aus dem Ort raus. Habe ich noch nicht. Ich habe immer noch 30. Aber ich habe noch keinen aufgehobenen Schild gesehen. Upsala. Klein D. Au, Kirche. Aber ich muss ja da vorne schon wieder links abbiegen hier. Ja. Da bin ich ja dieser Scheißstraße los hier, ne? Ja. Und dann haben wir wieder 50, ne? Wollt die Straße einmal verlassen. Oh, kommt ein Kollege entgegen. Dach hin. Jo, mir auch. Das ist ja wieder schön im Überlandbereich, also gibt es wieder nur ein Gas, ne? Boah, in meiner zieht ganz gut der LMA ein. Boah, ich habe 90 drauf. Kriege ich auch. 100. Oh, und hier sind 70, ne? 110. Oh, hier kommt Kurve. Ach du Scheiße, bei fast Vollgas schaltet ihr nochmal rund. Und links und rechts und Ortschild. Also diese Karte, die verleitet, soll ein bisschen zum Schnellfahren. Und Haltestelle, wie ich das sehe. Also ich habe die ganze Zeit Minus. Ich weiß nicht, wie die Verspätung haben können. Ich weiß auch noch nicht, ich bin bei Minus 08 oder so. Ja, Minus 08. Gut, wenigstens eine Haltestelle, wo ich nicht nielen brauche. Bitteschön. Hallo. 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 Endlich mal keine Karten gekauft. Weiter geht. Die Fahrt. Hallo. Hashtag weiter geht's. Hashtag boh fette Scheiße. Nix, Haltestelle schon wieder hier. Das gibt's auch gar nicht. Ja. Was an der Kirche. Baustellenschild? Nix gut. Baustellenschild ist nix gut. Boh. Bömerstöck. Oh, nö. Eine Baustelle. Hm, ein kleines Täter. Ah, das kannst du hier wieder nur einer ausgedacht haben hier. Baustelle? Ja. Meinen Sie, gibt's so Leute mit Baustellenfetisch? Oh, ja. Oh, nö, 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 Omsi, hallo. Ähm. Nee, ne? Nee, oder? Warte. Omsi-Exter reagiert nicht mehr. Na, super. Stand's gerade an einer Baustelle, oder was? Wollte gerade losfahren. Da weiß ich ja, was mir gleich passieren wird. Das ist ja, das ist ja cool. Ja, dann starten wir den ganzen Scheiß nochmal, ne? Oh, und deine Aufnahme, nicht vergessen. Hahaha. Hashtag Omsi2. Nicht für Let's Player gedacht. Äh! Wieso geht er auf die Bremse vor mir, ey? Naja, dann haben wir ja ein 80er-Schild. Komm, du fährst mit keiner 80er, also überhole ich dich. Ja, ist klar. Nö, 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 nö. Monik Schauberg hier, die Fresse. Nö, 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 nö. Ja, willkommen zurück in meiner Aufnahme. Omsi, hab ich gerade wieder gedacht, so. Hätt mir mal Arsch. Hashtag Omsi2. Hashtag Omsi2 ist abgekackt. Jo. Kannst du mir mal deine Zeit durchgeben? Ja, Sekunde. Äh. 825 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ja, ist okay. Kann ich wieder ausmachen? Ja, ja. Sehr gut. Das irritiert beim Kurvenfall. Das irritiert beim Kurvenfall. Ich sehe. Ich sehe.